hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft auf diesem kanal los geht's ich glaube das letzte mal hatte ich wie man sieht hier all mein gutes meine gute ausrüstung in der lava verloren das heißt da wird jetzt auch nichts mehr da sein also ist was wir jetzt tun können moment muss mich erst mal wieder an die ja aber dass das bei vorgarten sieht schon mal schön aus das ist immerhin was ja was wir tun können ist runter in die mine und gucken ob wir ein paar diamanten finden vielleicht sollte nur ein bisschen essen mitnehmen so machen wir auch noch brot ja am fackeln bräuchten wir eigentlich auch bevor wir in die mini gehen zumindest holzkohle werden wir unten finden hoffe ich ja das ist dabei immer wenn man es nicht gebrauchen kann fällt man dann gerade in die lava und der ganze kram ist weg warte mal was soll ja und man darf sich davon dann einfach nicht wie sagt man man darf sich davon einfach nicht beirren lassen und guckt halt wie man an seinen kram kommt weil es liegen hier genug diamanten unter der herum das problem ist halt nur sie zu finden so die ganzen die ganzen weizen samen brauche ich nicht mitnehmen tun wir mal hier rein und hier draus machen wir mal ach so da brauchen wir brauchen wir einen worktisch dazu hier so 22 brot und 22 garotte das sollte mich erstmal ernähren da unten dann vielleicht ich habe sogar noch drei diamanten übrig da vielleicht sollte ich mir eine machen für die harten rohstoffe falls ich welche finde und brauche und wo hatte ich die kohle hier ist zumindest welche da machen wir dann mal fackeln draus ach so 64 fackeln habe ich sogar schon dabei wäre gar nicht nötig gewesen naja was soll's ein bisschen mehr ist nie verkehrt so gut dann bin ich soweit ausgerüstet für meine weitere mining expedition hier könnte hier auch mal wieder ein paar bäume pflanzen damit ich wieder holz hat hier geht es runter fast durch das tor gegangen da kommen wir ins nether da wollen wir nicht hin tja wo fangen wir nun mal an hier waren wir schon durch nee hier hatten wir aufgehört weil es da hinten keine fackeln mehr gab glaube ich oh ja hier ist so hat man das gemacht ok super ok super ok 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 ich Ja, ist das der Seitengang, den wir uns gemacht haben? Nicht wirklich, okay. So, das lassen wir mal hier oben auf dem Level, weil da ist Lava, aber hier können wir dann wieder runter. Ich bin am überlegen, was wir dann bauen, aber ich meine, wir könnten versuchen, wenn wir dann genug Eisen und alles gefunden haben, eine Redstone Kürbisfarm zu bauen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir mit den ganzen Kürbissen jetzt so direkt wollen, weil Halloween ist ja jetzt auch vorbei. Dann das nächste wäre eine Bambusfarm, aber ich habe noch keinen Bambus gefunden hier. Bambus ist sehr nützlich, weil Bambus kann man als, ah, Diamanten, Bambus kann man als, wie sagt man, Brennstoff benutzen in Öfen. Dann braucht man keine Kohle dafür verwenden. Bambus hat den Vorteil, dass Bambus nachwächst und Kohle halt nicht. Oh meine Güte, das sind die ganze Menge gleich. Das ist cool. Das ist super cool. Siehst du, wie Zerronnen so gewonnen. Okay. Ja, und dann waren wir alle gespannt, was passiert mit unserer neuen Regierung, die wir zurzeit dann kriegen. Sieht nach einer Ampel aus, die die ganze Zeit auf gelb steht, was nicht so besonders schön ist, aber was dann in vier Jahren wieder dazu führt, dass niemand mehr FDP wählen will, weil die scheinen ja momentan alles zu blockieren, was an guten Ideen aus SPD und Grünen kommt, was ja sowieso immer so eine Sache ist, was da überhaupt rauskommt. Aber hier Tempolimit auf Autobahnen, ich meine, wer von euch im Publikum, von den vier Leuten oder so, will ernsthaft schneller als 120 fahren die ganze Zeit? Ich meine, wenn man es beeilig hat, ich bin auch schon mit 170 über die Autobahn gebrettert, aber überhaupt gar kein Tempolimit. Also ich meine, sagen wir mal hier Tempolimit 180. Schneller war ich nie. Ich hatte nie ein Auto, das schneller fahren konnte. Und ich denke, man braucht, da oben sind doch wieder Diamanten, oder? Ja. Ich denke, man braucht nicht unbedingt ein Auto, das schneller fahren kann, weil wie eilig kann man es haben? Und wie schnell kann man reagieren, wenn dann tatsächlich was passiert auf der Autobahn? Und man hat wodurch gerechnet, dass das doch schon einen beträchtlichen Teil an CO2 einsparen würde. Also das gäbe schon was, wenn die Leute einfach langsamer fahren würden. Und ich sehe da eigentlich keinen Grund, außer, dass man bei der FDP ist und Porsche hat, dass man dagegen ist. Aber das war wohl daran, hätten sie wohl die Koalition Verhandlungen scheitern lassen. Was so albern ist, das ist das kleinste Zugeständnis, was sie machen konnten. Und selbst das machen sie nicht. Da bin ich gespannt, was überhaupt umgesetzt wird von den klimaschutzpolitischen Maßnahmen von den Grünen, die ja eine der Parteien waren, die im nächsten dran waren an der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels da. Okay, da ist schon meine erste Spitzhacke hin, aber ich habe ja noch eine aus Diamanten und die brauche ich nicht großartig schon, weil ich habe ja gerade Diamanten gefunden. Wie viele? Elf Stück? Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, es reicht nicht für eine Rüstung, aber es würde reichen für ein paar Werkzeuge, zum Beispiel noch weitere Spitzhacken. Das heißt, wir können hier einfach lustig, solange wir diese Spitzhacke noch haben, weiter minen. Ja, das ist das. Dann haben wir wieder jede Menge von der menschlichen Malware, die im Umlauf ist in Deutschland, weil ein Lockdown nicht mehr gewünscht ist politisch. Und weil man sich denkt, ja, sind ja alle irgendwie geimpft, dann lassen wir es mal drauf ankommen. Egal, wer stirbt. Ich meine, es sind nicht alle geimpft. Die ganzen Kinder zum Beispiel sind noch nicht geimpft. Und ja, bei mir und meinen Eltern zum Beispiel, wir wurden im Frühjahr geimpft. Und zumindest mit Pfizer-BioNTech geht ja die Wirksamkeit nach sechs Monaten deutlich runter. Das heißt, wir müssten dann im Dezember, müssen wir Booster-Shot bekommen. Und da kann die Kacke schon wieder am Dampfen sein, weil sie ist jetzt schon am Dampfen. Es ist schon wieder alles rot. Wir haben jetzt sogar bei uns, wir sind normalerweise im Kreis mit relativ guten, mit einer relativ guten Covid-Groote, das heißt niedrigen. Selbst bei uns gibt es wieder über 100 Inzidenzen. Und ja, da geht man dann ungern aus dem Haus, weil wer weiß, was man sich einfängt. Ja, und blödes Thema. Ich weiß, niemand möchte darüber reden, aber ist halt immer noch da, weil man halt nicht eine harte Bremse gezogen hat letztes Jahr, hätte man einfach gesagt, hier als es anfing, weltweit alle bitte, außer die, die wirklich notwendig sind, dafür, dass Strom und Wasser läuft, weltweit bitte alle zwei Wochen zu Hause bleiben. Oder sagen wir mal zur Sicherheit einen Monat, dann wird das jetzt ganz anders aussehen. Aber sowas kriegst du halt nicht koordiniert in unserer multipolaren Welt quasi. Ja, na gut, und dann haben wir auch immer noch die 30% Impfverweigerer oder ich weiß nicht, wie viel es bei uns sind, das sind 13 bis 30 irgendwie sowas. Also die ganzen AfD-Nazis hier sowieso. Aber da kommen dann ja auch noch Esoteriker dazu und irgendwelche anderen Schwurbler. Und ja, ich meine, es gibt Schnittmengen zwischen den Gruppen, aber nicht jeder Esoteriker ist ein Nazi und umgekehrt. Es gibt auch Leute, die sich als links empfinden und gegen Impfungen sind, weil, keine Ahnung, sie dem Staat generell misstauen oder so. Also, was schon irgendwie, ich meine, generell verständlich, aber der Staat hat kein Interesse daran, seine Bürger zu vergiften, weil wenn der Staat seine Bürger vergiftet und es ist ja eine breit angelegte Impfkampagne mit prominenten Politikern und so an vorderster Front, die sich impfen lassen, demonstrativ, also nicht alle Prominenten und nicht alle Politiker, aber halt die, die, die keine Schwurbler sind, dann macht das keinen Sinn aus Sicht des Staates halt, also seine besten Leute und alle Leute quasi krank oder tot zu machen, weil der Staat doch nicht funktioniert. Der Staat möchte ja, dass wir für den Staat im Mindesten arbeiten. Und das funktioniert nicht, wenn wir alle tot sind oder chronisch krank, was es umso merkwürdiger macht, dass der Staat jetzt gar nichts mehr tun will zugunsten der Wirtschaft, obwohl wir damit vermutlich dann in 20, 30 Jahren, wenn die ganzen Kinder, die sich jetzt in den Schulen anstecken und eventuell irgendwelche Long-Covid-Syndrome dann kriegen, wenn die dann ins Arbeitsalter kommen, weil dann, dann gute Nacht, ne? Ja. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 19 Diamanten. Wow. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, müssen wir mal überlegen, was wir überhaupt bauen wollen oben. Da haben wir schon einigermaßen große Hütte. Bürger, ein Badezimmer macht immer noch keinen Sinn, weil hier gibt es nichts zu baden und auch sonst nichts zum Zähneputzen oder zum aufs Klo gehen an Mechaniken in diesem Spiel, worüber ich dankbar bin. Also wenn Mojang zuhört, bitte nicht das jetzt einbauen. Aber Küche können wir machen. Küche macht ein Stück weit Sinn. So, dann machen wir das am besten, wenn wir wieder nach oben gehen. Und dann sollten wir Bambus finden, weil dann brauchen wir unseren Autosmelder und für den brauchen wir Bambus. Ja, das ist das momentan. Und dann, ja, alle sind irgendwie, haben eine gedrückte Stimmung momentan, weil das war irgendwie eine, eine, und wir haben alle gedacht, 2016 ist so ein schlimmes Jahr. Die ganzen Prominenten, an die man sich gewöhnt hat, die aber 100 Jahre alt sind, sterben. Ähm, ähm, äh, was man damals Celebrity Rapture genannt hat, also quasi die, ähm, äh, 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 Rapture ist ja die, die, äh, der Tag des jüngsten Gerichts, wo die Christen auffahren in den Himmel und alle anderen irgendwie eine, eine, ähm, ähm, ach, scheiße. Okay, das bauen wir nicht ab, da ist Lava drunter, äh, und alle anderen eine Existenz, äh, irgendwie zwischen Dämonen auf der Erde führen müssen. Und das ist ja 2016 passiert, als dann hier so Prince und David Bowie und all die Leute gestorben sind. Ich meine, gut, Prince und David Bowie waren keine 100 Jahre alt, aber ich glaube, David Bowie hatte Krebs. Und, äh, Prince hatte halt, äh, Medikamenten, äh, Überdosis oder sowas, zufällige. Das sind halt Sachen, die passieren, ne? Und, ähm, gut, äh, ich meine, wenn ich jetzt Hardcore-Christ wäre, dann würde ich einerseits glauben, dass diese Rapture passiert ist, äh, weil, äh, die Jahre danach wurden tatsächlich, also dann kam Trump und, äh, dann kam irgendwann Covid und, äh, jetzt, äh, haben wir langsam die Folgen des Klimawandels, die ankommen und so. Ich meine, das, äh, passt in das Narrativ, sage ich mal, einer christlichen, äh, eines christlichen jüngsten Gerichts. Das Problem ist aber, dass, äh, wenn ich daran glauben würde, wäre ich ja selber Christ und, äh, wäre dann nicht mehr hier, weil ich wäre dann schon aufgefahren in den Himmel. Und insofern funktioniert das nicht. Also die Leute, die sich jetzt bestätigt fühlen, äh, werden auch gleichzeitig widerlegt, weil sie selber nicht mehr hier wären. Und darum ist, äh, diese, dieses, äh, gibt ja dieses Schwurbler, ja, äh, der, der Impfstoff ist die Zahl des Tieres und wer den Impfstoff freiwillig annimmt, der kann nicht in den Himmel einfahren. Das ist halt deswegen Blödsinn, weil, äh, die Leute, die halt, die halt daran glauben, die sollten eigentlich schon nicht mehr hier sein, weil die wären schon errettet und im Himmel quasi bei Gott und würden den ganzen Tag, äh, lustige Gregorianer-Gesänge hören. Äh, das ist ja nun, äh, nicht der Fall, weil die Schwurbler sind ja immer noch hier. Also, keine Ahnung, wie sich deren Logik da daraus windet. Und, äh, ist aber interessant, darüber nachzudenken. Und genau das Gleiche ist halt, äh, das mit, äh, äh, die Regierung impft Leute, um, äh, um Bevölkerungskontrolle zu machen und der Überbevölkerung entgegenzuwirken, damit die halt nichts gegen den Klimawandel machen. Das ist noch so eine Theorie. Und die funktioniert auch nicht, weil, ich weiß nicht, das war ein Programm von irgendeinem Kabarettisten. Ich glaube, Bill Burr war das. Ähm, der hat ausgeführt, dass, äh, wenn die Leute, die ja zum Impfen gehen, das sind ja die, die, ähm, im Kopf der Schwurbler besonders, äh, hörig, obrigkeitshörig sind und alles machen, was man ihnen sagt, und genau die willst du doch nicht umbringen. Du willst doch lieber die umbringen, die sich weigern und, äh, sich querstellen und die, äh, bei jedem Schritt, äh, immer Ärger machen. Das heißt, äh, äh, wehe ich die Regierung und würde, äh, das Volk quasi ausdünnen wollen, dann würde ich doch die ausdünnen wollen, die sich nicht impfen lassen. Ja, und wenn man das mal einem Impfgegner erzählt, dann guckt er auch wie ein Auto und weiß nicht mehr, was er sagen soll. Naja, hm. Ich weiß nicht, ob kontroverse Themen und Minecraft so eine gute Kombi ist, aber, äh, äh, alles scheint besser zu sein, als, äh, aus einem Buch für Parapsychologie vorzulesen. Und darum mache ich das jetzt einfach mal. Gudi. Aber jetzt sind wir wieder oben, das heißt, ich brauche nicht mehr frei fabulieren, weil hier machen wir jetzt Sachen. Ähm, gut, also, das, die, ich meine, wir haben ja schon sowas wie eine halbe Küche haben wir hier. Ich meine, den Sägeblock und so. Also hier haben wir die Nahrung drin, in diesen Kisten. Das heißt, wenn wir hier eine Wand hochziehen, dann können wir hier eine Küche machen. Das heißt, du musst hier weg, lieber Kürbis. Und du auch. So, die Wand machen wir aus was? Die machen wir natürlich hier aus den Steinen. So. Ich meine, das ist auch blöd. Das ist ein bisschen eng jetzt hier, ne? Aber, wenn wir das hier machen, äh, dann wird die Küche zu eng. Oder ich nehme die beiden Fenster da weg. Das ist besser. Das ist besser, ja. So, und hier kommt die Tür hin. Ah, so war das nicht geplant. Machen wir eine Doppeltür. Oder machen wir einfach nur einen Durchgang hier. Hier braucht eigentlich auch keine Tür sein. Man muss nicht, äh, so muttern. Ich kann nicht sehen, wie du arbeitest. Mach mal die Tür zu. Das brauchen wir hier nicht. So, okay. Okay. Gut. Dann brauchen wir ein Waschbecken. Da, 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 schwupp. Da, und, ähm, dann brauchen wir Öfen für Essen. Da kann man, also das sind normale Furnace, da kann man quasi alles drin machen. Aber, man kann auch welche machen mit, äh, die schneller gehen, wenn man, wenn man, äh, Essbares zubereitet quasi. Dazu brauchen wir das, meine ich. So. Da machen wir mal zwei davon. Dazu muss man erstmal einen normalen Furnace machen und den tut man dann hier hin und macht, äh, die drumrum. Oder wie war das noch? So war das, genau. So ein. Dann haben wir einen Smoker. Das ist ein Räucherungsgerät quasi. So. Da, 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 bam. So, ähm, und die machen wir am besten nebeneinander. So, wenn wir jetzt weiße Kisten hätten oder irgendwie was, könnten wir uns einen Kühlschrank machen, aber wir haben keine. Das heißt, die hier müssen reichen. So, aber das, was in diesen Kisten ist, müssen wir vielleicht woanders hin tun, das passt hier nicht mehr. Ähm, ja, und dann können wir hier so einen Counter machen, den machen wir natürlich nicht aus, aus diesen Steinen hier. Das ist nicht schön, sondern wir benutzen Holz. Genau, sowas. Oh. So, Küche. Siehst du wohl. Hm, hier oben könnten wir noch, äh, ein paar Hängeschränke hinmachen. Mal gucken, wie viel können wir machen hier. Nicht genug, okay. So, machen wir mal drei. Dann können wir da die Küchenutensilien oben reinhängen. Aha. So. Also das Saatgut brauchen wir nicht in der Küche, aber alle Sachen, die wir irgendwie zum Essen zubereiten können, die tun wir in die Küche. So. Zehn Eier, das reicht noch nicht, um eine Hühnerfarm zu machen, aber das könnten wir dann auch anstrengen irgendwann. So, machen wir hier mal die Karotten rein und den. Hier das Weizen. Hier Kartoffeln. Ich glaube, wir brauchen mindestens noch einen weiteren Hängeschrank. Ähm. So. Wenn wir jetzt hier einen hinbauen, dann ist er direkt vor dem Fenster, aber das sieht sowieso irgendwie ungünstig aus. Egal, wie wir es machen, also machen wir das einfach mal. Gut, dann kommen hier Eier hin und hier die Pumpkins und der Rest, die Pilze, die tun wir erstmal nochmal wieder hier rein. So, dann haben wir eine Küche. Wie gefällt dir unsere Küche, Bürger? Ja gut, äh, Wasser im Waschbecken wäre auch noch eine Idee. Ähm. Haben wir nicht noch Eimer irgendwo? Da haben wir einen, aber der ist momentan, wird der gebraucht. So, Eimer. Ich glaube, ein paar sind verbrannt von meinen Eimern, darum habe ich keine mehr. Gut, zieh. Und noch mehr schwarze Farbe. So. Wenn wir jetzt nämlich diesen Eimer haben hier, können wir nämlich hier das Waschbecken voll machen. Fertig. Tada! Küche! Gut. Und, ähm, ah, Flint gehört hier nicht rein. So, nehmen wir mal ein Kohle hier. Und dann, oh, was wir hier auch noch reinbringen müssen, ist, wir haben, glaube ich, das Fleisch draußen. Das ist natürlich prädestiniert hier zum, zum Kochen. Steak, Raw Beef und Raw Cod. Gut, wenn wir die jetzt hier reintun, dann werden die zubereitet. So. Cool. So, hier haben wir die. Gut. Und da ist auch die Farbe. So, wo tun wir jetzt Jack O'Lantern hin? Hm. So, haben wir auch Licht hier. Und hier ist es hier ein bisschen dunkel vielleicht. Können wir hier noch eine Fackel hinpacken. Fertig. So. Und es wird schon wieder dunkel. Okay. Dann gehen wir mal nach oben schlafen. Wo hatte ich das Bett jetzt hingestellt? Hier, ja. So. Das ist ja ein super Abschluss für, für das Spiel heute. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, let's play the Minecraft. Und ja, ich hoffe, die Tonspur ist da diesmal. Aber es scheint so. Ich habe Balken im OBS. Insofern, das ist schon mal gut. Ja. Dann liked das Video, wenn ihr das liked. Und kommentiert, wenn ihr kommentieren wollt. Und ansonsten, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert seid, was ich nicht glaube, weil ich denke, nur die Abonnenten dieses Kanals finden überhaupt dieses Video. Dann abonniert doch diesen Kanal. So, jetzt habe ich meinen Call to Action, habe ich auch fertig. Dann beim nächsten Mal werden wir dann vielleicht nochmal diese Höhlen erkunden oder so. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ja. Und dann bis dann. Ciao.